Also, wenn mich wer fragt, was macht Europa im Vergleich zu anderen Ländern aus? In Europa hat man einen Blick auf Sozialpolitik gemacht, hat man die Leute mitgenommen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Das unterscheidet Europa von anderen Regionen. Und das ist etwas, auf das man stolze kann. Sozialdemokratie hat da massiv mitgewirkt und das ist Europa, das sie auch in der Zukunft haben will und haben eine wichtige Aufgabe. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Damit wir nicht so viele Dinge machen, sie haben keine Ausnahme aus. Die Welt und das sind die Initiative. Er ist eben nicht so viele Menschen, sie haben sie das. Vielen Dank.